Du willst diese Hände fangen, B***h? Ich zeige euch, wie bleibt dran, wir sehen uns gleich. Ich komme für den H***. Der war doch schon tot, warum Flash der? Aber egal, den ersten Kill nehmen wir mit. Der hat geflasht. So, das ist schon mal richtig, richtig gut. Jetzt gehen wir zurück und dann direkt zu den Grubs. Läuft wie geschmiert würde ich sagen, ne? Jetzt hören sie schon selber. War ja nix. So weit, so gut, G. Also ich sage euch ganz ehrlich, das einzige Problem, was ich mit ihm so ein bisschen sehe ist, ihr müsst early, schnell ahead kommen. Und ihr habt ein bisschen Probleme mit den Grubs. Wenn ihr einen enemy Jungler habt, der ein bisschen mehr Awareness hat und auch seine Grubs besteht und ein bisschen Dominanz ausübt, sage ich mal, wird es schon schwierig. Da braucht ihr schon wirklich halt Teammates, die euch dabei helfen. So. so jetzt gehen sie mal weg. So jetzt gehen wir zum Arsch. Unter Grund ist alles Teammates. So jetzt gehen wir zum Arsch. Bombo Klapp Arsch Ein noch? Ja besser ist es Nope Oh Bombo Klapp Hey yo, da nichts zu mir Nee, 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 nee Hell no, call me Mr. Joker What's happening? Suck my pipi, suck my pupu, oj Bombo Klapp, Mops More energy, more energy, more footwork, more footwork Go, go, go Go, 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 go Suck Oh, krasy kurne zaba laet Och, nein, mensch Ich sage euch, wenn ich weiß, dass ich schon viel nach, ist das shit gg. Bye bye Hollywood Hills I'm gonna miss you Country roads Action is coming Oh 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 Jesus Jesus Oh das ist der sniper da stellt sniper mann sniper mann sniper mann